Ich liebe es einkaufen zu gehen. Ich auch. Hast du die Einkaufsliste? Ja, zuerst möchte ich zum Supermarkt gehen, um ein paar Notizbücher zu kaufen. Ich möchte die Einkaufsliste kaufen. Im Supermarkt werden keine Notizbücher verkauft, aber im Schreibwarenladen gibt es welche. Fragen wir den Verkäufer. Fragen wir den Verkäufer. Okay, aber wir müssen uns beeilen. Die Geschäfte schließen bald. Okay, aber wir müssen uns beeilen. Die Geschäfte schließen bald. Die Geschäfte schließen bald. Die Geschäfte schließen bald. Die Geschäfte schließen bald.